Wenn du diesen Kanal hier verfolgst, dann weißt du, dass im Bereich der Arbeitszeiterfassung sich eine Menge tut. Der EuGH hatte ja hierzu entschieden, die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Arbeitszeiterfassung begründet. Das Bundesarbeitsgericht hatte sich dem angeschlossen, im sogenannten Stechuhrurteil, was gar kein Stechuhrurteil ist, aber so gezeichnet wurde, war im Prinzip klar, dass Arbeitszeiterfassung erfolgen muss. Das Bundesarbeitsgericht hatte gesagt, das ist eine Arbeitsschutzvorschrift. Der Arbeitgeber ist zur Einhaltung des Arbeitsschutzes verpflichtet und das dann daraus quasi hergeleitet. Dann fragten wir alle, ich ja hier auch, was macht eigentlich der Gesetzgeber? Der muss doch die Arbeitnehmer schützen. Der Gesetzgeber, haben wir gesagt, hatte ja nicht allzu viel gemacht. Jetzt gibt es einen Referentenentwurf. Diesen Referentenentwurf stelle ich euch heute vor. Wenn dich interessiert, wie das dann weitergeht, abonniere den Kanal. Allerdings, meine Prognose, dieser Referentenentwurf wird im Wesentlichen durchgehen, anders als frühere Entwürfe und Versuche. Denn es gibt jetzt diesen Rückenwind durch die beiden Urteile. Das bedeutet, diese Umsetzung, die wir jetzt hier haben, die ist mehr oder weniger von Details, mal abgesehen. Die Arbeitgeber schreien natürlich zu Recht, ja, aber es ist im Prinzip durch die Gerichte vorgegeben, sodass auch der Druck auf die Opposition hier groß ist, zu sagen, naja Leute, ihr könnt doch nicht was anderes, wir können doch gar nichts anderes vorschlagen, weil die Gefahr, dass die Gerichte dann sagen, das reicht nicht, die ist doch viel zu groß. Ja, also ich muss doch als Ministerium einen effektiven Arbeitsschutz gewährleisten. Und es ist ja schon eine Schande, wenn mir das ein Gericht erst mal ins Urteil schreiben muss. Ja, bei so wesentlichen Punkten, die auch allgemein bekannt sind, wir wissen, was in Deutschland an Überstunden geleistet wird, Klammer auf, unvergütet, Klammer zu, ja, und dass das Arbeitszeitgesetz mit den Händen und Füßen getreten wird. Und man sieht, es ist ja wunderbar eine Reaktion der Juristen. Die Richter sagen, na nicht für uns richterliche Unabhängigkeit, für alle anderen schon. Die Anwälte sagen, aber auch für uns nicht, wie soll man denn seine Anwaltstätigkeit in der normalen Arbeitszeit schaffen. Das geht doch gar nicht, ja, und daran sieht man ja schon, das schließt sich dann in den anderen Branchen, geht das dann so weiter. Daran sieht man ja schon, wie das in Deutschland um diesen Arbeitsschutz an der Stelle bestellt ist. So, also, lange Rede, kurzer Sinn, dieses Ding wird mehr oder weniger so durchgehen, meine Prognose. Ich stelle es euch vor, ihr wisst dann, was euch erwartet, welche Dinge ihr jetzt vielleicht schon machen könnt als Arbeitnehmer, aber umgekehrt auch als Arbeitgeber, wie ihr jetzt bereits die Sachen umsetzen könnt, um später nicht in irgendwelche Ordnungsgelder reinzulaufen. Für Arbeitgeber werde ich auf dem Arbeitgeberkanal das natürlich nochmal ein bisschen dezidierter machen. Da warten wir allerdings nochmal ab, bis die endgültige Version da ist und dann erkläre ich euch das ganz genau. Da erscheint aber in diesen Tagen schon mal eine kleine Serie zum Thema Arbeitszeit, um erstmal so die Basis zu klären und den Personalern nochmal so ein bisschen zu erklären, wenn euch das interessiert. Auch als Arbeitnehmer gern den anderen Kanal abonnieren. Hier machen wir das ein bisschen zusammengefasst und ich lege jetzt auch mal direkt los. Dieser Referentenentwurf sieht vor, dass der Arbeitgeber Beginn, Dauer und Ende der Arbeitszeit künftig erfassen muss. Wie muss er die erfassen? Er muss das elektronisch erfassen. Was heißt elektronisch? Elektronisch heißt nicht unbedingt mit einer bestimmten App hier, jeder hat ein Handy und so weiter, Stichwort Datenschutz und Überwachung. Ja, da sagen wir auch noch was dazu. Elektronisch heißt aber jedenfalls mal eins nicht handschriftlich. Handschriftlich mit Stift und Zettel hier. Ja, arbeite ich auch noch, aber das reicht für die Arbeitszeiterfassung nicht. Aber zum Beispiel auf dem Rechner ein selbstgebautes Excel-Programm oder eine Word-Datei würde gehen. Ja, so etwas würde gehen, aber eben elektronisch. Das war ja etwas, was nicht so ganz selbstverständlich war, aber ich meine, wir sind nun mal doch ein bisschen weit mittlerweile von Moses und seinen Steinplatten entfernt. Also das ist jetzt auch keine große Verwunderung. Ja, so, also elektronische Erfassung. Schwierig natürlich dort, wo derjenige gar keine Elektronik zur Verfügung hat. Darüber werden wir auch noch mal dann debattieren, wenn das endgültig klar ist, ja, dass es wirklich jeder machen muss. Also ich denke gerade so an unsere Landwirtschaftsmitarbeiter auf dem Trecker oder im Kuhstall. Ja, muss man sich angucken. Ja, kann man sagen, gut, heutzutage hat jeder ein Handy, ja, aber nicht unbedingt jeder ein Smartphone. Ja, so, wie geht es weiter? Also elektronische Erfassung, ja, dann gibt es bestimmte Ausnahmen, also wenn die jetzt ganz kleinen Arbeitgeber jetzt hier sofort in Angst und Schrecken sind oder die kleinen Arbeitnehmer, die Arbeitnehmer bei kleinen Arbeitgebern sich jetzt sehr besonders freuen. Ich komme am Ende noch zu den Übergangsvorschriften, die sind recht weiträumig, bis zu fünf Jahren für ganz kleine Unternehmen. Ja, um das schon mal vorweg zu sagen, also don't panic. So, dann ist die nächste Frage ja gewesen, wie ist das mit der Vertrauensarbeitszeit? Wer muss denn die Erfassung faktisch machen? Muss das der Arbeitgeber machen? Muss der die erfassen oder darf das auch der Arbeitnehmer erfassen? Da kann man ganz klar sagen, das ergab sich ja aus dem Urteil, anders als jetzt hier schon geschrieben wurde, das Ende der Vertrauensarbeitszeit. Alles Quatsch, ja, bleibt auch hier möglich. Also die Erfassung durch den Arbeitnehmer bleibt möglich. Das heißt, auch die Vertrauensarbeitszeit im eigentlichen Sinne bleibt weiterhin möglich. Ist also nicht durch den Referentenentwurf jetzt irgendwie verboten worden. Der Arbeitgeber muss halt sicherstellen, auch bei der Vertrauensarbeitszeit, dass ihm Verstöße gegen die Bestimmung des Arbeitszeitgesetzes bekannt werden, also gegen die Arbeitszeiten und Ruhezeiten, dass die ihm bekannt werden. Und darf seine Organisation auch nicht so aufbauen, dass der Arbeitnehmer quasi verstoßen muss, ja, was wir ja bei diesen ganzen geteilten Diensten immer noch haben, ja, wo das ja auch ganz offiziell so gemacht wird. Also das ist auch so ein bisschen das, wo man leicht schmunzeln muss, ja, es wird ja auch derzeit schon ohne diese Bürokratie massiv verstoßen. Es jedem bekannt wird nicht geahndet, wie geht das denn hier weiter nachher, ja, das ist ja das Spannende. Was macht denn mal, was machen die Kontrollbehörden? Wenn die weiterpennen, hilft uns ja dieses Gesetz gar nicht, ja. Also, aber jedenfalls erstmal vom Gesetz her, Bürokratieaufwand, ja, aber Ende der Vertrauensarbeitszeit, nein. Und jetzt kommt ein ganz spannender Punkt, gerade für Arbeitnehmer. Wir haben ja bei der Überstundenvergütung immer das große Problem der Darlegungs- und Beweislast, ja. Wer kann das schon im Nachhinein, dann manchmal für Jahre zurück, seine ganzen Überstunden darlegen, die Anordnung, die Erforderlichkeit und so weiter. Und da wird der künftige Paragraf 16 Absatz 5, nachdem derzeit der Entwurf Arbeitszeitgesetz wird, festlegen, dass der Arbeitgeber auf Verlangen des Arbeitnehmers die Informationen zur aufgezeichneten Arbeitszeit zur Verfügung stellen muss. Er muss ihm auch Kopien zur Verfügung stellen. Das wiederum würde natürlich für uns das enorm vereinfachen, vor allem für uns Anwälte auf Arbeitnehmerseite. Wir würden den Arbeitgeber auffordern, uns diese Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Übrigens wird spannend sein, wie weit man das jetzt vielleicht schon machen kann, denn diese Arbeitsschutznormen, diese Arbeitsschutzbestimmungen werden ja vom Bundesarbeitsgericht aus den bestehenden Regelungen schon hergeleitet. Und wenn man jetzt diese Umsetzung jetzt nimmt, müssen wir mal gucken. Aber für die Zukunft jedenfalls wird das eine sehr gute Möglichkeit im Prozess erleichtert, Überstundenvergütung geltend zu machen. Nichtsdestotrotz ist Arbeitnehmern dringend zu raten, bis dahin weiter ihre Überstunden ordentlich aufzuzeichnen. Beginn der regulären Arbeitszeit, Ende der regulären Zeit, Beginn der Überstundenpausen noch mit reinnehmen. Also das sollte man trotzdem zur Sicherheit weiter erstmal machen. Des Weiteren gibt es dann eine Aufbewahrungspflicht für Arbeitgeber. Der muss also mindestens zwei Jahre diese Unterlagen zur Kontrolle bereithalten. Dementsprechend in dieser Zeit auch ja die Auskunft erteilen, sodass man als Arbeitnehmer sagen kann, nach zwei Jahren lasse ich mir mal sichershalber die Informationen geben und hefte mir die dann selber ab, weil der Arbeitgeber könnte sie dann ja löschen. Aber zwei Jahre müssen sie bereit gehalten werden. Es gibt dann eine Öffnungsklausel für die elektronische Form im Rahmen eines Tarifvertrags, beziehungsweise wenn das im Tarifvertrag grundsätzlich vorgesehen ist und dann in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung konkretisiert wird, kann auf die elektronische Form verzichtet werden. und dass die Aufzeichnung nicht am selben Tag erfolgen muss, sondern innerhalb von sieben Tagen nach dem Tag, also spätestens innerhalb von sieben Tagen. Also nicht am selben Tag, wo die Arbeitsleistung erbracht ist, sondern für diesen Tag dann innerhalb von sieben Tagen erfolgen muss. Das allerdings, wie gesagt, nur auf Basis eines Tarifvertrags, Schrägstrich Tarifvertrag in Kombi mit Betriebs- oder Dienstvereinbarung. Auf Basis einer tarifvertraglichen Regelung können dann auch Ausnahmen für bestimmte Arbeitnehmergruppen, für die das nicht sachgerecht ist, also insbesondere für die ganzen Führungskräfte und besonders herausgehobenen Arbeitnehmer gemacht werden. Das Problem ist allerdings, dass das dann eben nur aufgrund eines Tarifvertrages geht, sodass man jetzt von der Gesetzesintention dann davon ausgehen darf, dass es ohne einen Tarifvertrag keine Ausnahme gibt. Und in vielen Bereichen gibt es ja gar keine Tarifverträge, sodass eben auch Führungskräfte künftig hiervon erfasst sind. Es gibt dann ein paar Übergangsvorschriften. Die Pflicht zur Aufzeichnung in elektronischer Form soll erst ein Jahr nach Inkrafttreten entstehen. Also das ist bis dahin dann halt noch handschriftlich möglich. Dann gibt es für Arbeitgeber mit weniger als 250 Arbeitnehmern eine Übergangsregelung von zwei Jahren für die elektronische Form und für die mit weniger als 50 Arbeitnehmer fünf Jahre. Das heißt, in dieser Zeit könnte weiter handschriftlich gearbeitet werden. Und die ganz kleinen bis zu maximal zehn Arbeitnehmer, also analog, synchron, nicht analog, synchron mit dem Kündigungsschutzgesetz, soll es dauerhaft diese Ausnahme geben. Also da kann dann dauerhaft handschriftlich gearbeitet werden. Und jetzt ganz entscheidend, Verstöße können künftig sanktioniert werden, sowohl was die Aufbewahrungspflicht, was die Aufzeichnungspflicht selbst betrifft. Also all diese Pflichten werden als Ordnungswidrigkeit künftig Bußgeld bewährt. Also nicht nur der eigentliche Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz, der manchmal schwer nachzuweisen ist, sondern auch der Verstoß gegen diese Vorgaben. Soweit die elektronische Arbeitszeiterfassung Pflicht ist oder eingeführt werden soll, hat der Betriebsrat ja dann ein Mitbestimmungsrecht nach 87 Absatz 1 Nummer 6 Betriebsverfassungsgesetz. Also quasi kriegt er hier indirekt noch eine starke neue Aufgabe mit entsprechenden Gestaltungsmöglichkeiten und das genau ja auch wieder für eventuelle Konkretisierungen, Ausnahmeregelungen über den Tarifvertrag und dann dort einen Verweis an eventuelle Betriebsvereinbarung. Also der Betriebsrat wird hierdurch auf jeden Fall auch eine Stärkung erfolgen in seinen Rechten. Fazit, wie sehe ich das Ganze? Es wird noch eine Menge Getöse über mögliche Ausnahmevorschriften für bestimmte Arbeitnehmer geben. Ja, da fangen ja die Anwälte als die großen Kanzleien, die ja teilweise die Gesetze schreiben heutzutage. Ja, die werden die Ersten sein, die da rum pottern. Ich werde hier auch im Rahmen einer kleinen Serie typische Verstöße, wie sie jetzt erfolgen, schon in Vorgriff auf die Gesetzesänderungen nach dem Bundesarbeitsgerichtsurteil, wo zum Beispiel den Arbeitnehmern gesagt wird, ihr schreibt einfach die maximal zulässige Zeit auf und eure Arbeit müsst ihr natürlich schaffen. Den Rest will ich nicht wissen. Was ist von solchen Regelungen zu halten, wie es damit umzugehen aus Arbeitnehmersicht? Das werden wir hier natürlich noch uns anschauen, die ganzen Tricksereien, denn die laufen jetzt schon und ihr wisst dann gleich, was euch erwartet, wenn eure Arbeitgeber dann später dieses Gesetz umsetzen und ihr wisst dann auch, wie ihr euch dagegen zu wehrsetzen könnt. Auf dem Arbeitgeberkanal wiederum werde ich sagen, wie man das effektiv machen kann, wie man das so machen kann, dass das auch in der Praxis funktioniert und nicht dann zu Bußgeldern führt. Wenn du selbst schon praktische Erfahrungen hast, gerne unten in die Kommentare. Sag mir, wie du das umsetzt, wenn du Arbeitgeber bist. Sag mir, wie dein Arbeitgeber dich austrägst, wenn du Arbeitnehmer bist. Sag mir, wie Mm taxi ab? Sag mir, wie dein Arbeitgeber dich Zion, sag mir, wie du mit dem